Hallo Leute und herzlich willkommen zu den VARUNEWS von Tag Nr. 8, 9 und 10. Ja, leider konnte ich gestern kein Video machen und vorgestern auch nicht, deswegen wollte ich das einfach mal komplett zusammenfassen. Zudem ist auch in diesen drei Tagen wirklich nicht viel passiert. Aber fangen wir mal an. Ich werde dieses Video einfach chronologisch nach den Tagen in der Reihenfolge vortragen. Es ging auf jeden Fall sehr munter los an dem ersten Tag. Patrick kassiert seinen zweiten Strike und bekommt einen Inventar-Clean. Nachdem ja vorher schon seine Koordinaten veröffentlicht worden sind, jetzt mit einem Equip-Clean ist er somit der schlecht ausgerüstete VARUNEWS-Teilnehmer. Dann gab es eine sehr, sehr wichtige Information, und zwar Basti und VENI wollen snipen und bereiten quasi alles darauf vor. Zudem überlebt Gamers Time eine Falle von den Buddies Zock, die übrigens einige Fallen schon gebaut haben. Insgesamt haben sie schon drei Fallen gebaut, welche schon ausgelöst worden sind, wo aber bislang keiner gestorben ist. Trotzdem sind diese ganzen Fallen immer sehr, sehr knapp das Überleben der Gegner gesaved worden. Also ganz knapp haben andere überlebt. Aber wird es auch in Zukunft so sein? Wir wissen es nicht. Jedenfalls bauen die Buddies auf jeden Fall munter weiter an Fallen im Nether als auch in der normalen Welt. Am nächsten Tag ging es dann aber auch schon wieder weiter. Nilo möchte sich quasi befreien, denn VENICRAFT und Basti wollen das Team Nilo zerstören und bereiten quasi einen Snipe vor und waren tatsächlich auch schon in der Base und haben Ausgänge versperrt. Ja, wie man es vielleicht erahnen konnte, wollte VENICRAFT und Basti warten, bis endlich der Nilo auf den Server geht. Aber Nilo hat es clever gemacht. Er ist eine Sekunde vor dem Schließen des Servers auf den Server connected und hat damit eine Regel, ja nicht gebrochen, aber ausgenutzt, um quasi den Server zu verlängern. Dadurch konnten sie ungestört aufnehmen und keiner konnte joinen. So viel auf jeden Fall dazu. An diesem Tag ist aber auch noch was passiert und zwar ein weiterer Tod. Und zwar ist nämlich in einem sehr, sehr packenden Kampf mit einem großen Equip-Vorteil für Easy, muss man tatsächlich dabei sagen, ist leider der gute Kran-Crafter gestorben. Allerdings konnte er sich gut verteidigen und konnte Easy sogar auf drei Herzen runterkriegen. Es war ein wirklich sehenswerter Kampf mit einer großen Creeper-Hurde, die da auch wirklich einen wesentlichen Beitrag zum Siege geführt hat. Unbedingt ansehen. Am nächsten Tag gibt es eine News zu vermelden und zwar Anyart LP. Der alleinige Anyart LP, der ja leider ohne SK zockt unterwegs, beginnt jetzt als erster Varro-Teilnehmer damit, Tränke zu brauen. Er hat bereits schon Schwächetränke, aber möchte natürlich auch noch Stärke und Heilungstränke sich craften und hat damit natürlich in Kämpfen einen riesen Vorteil. Seine zukünftigen Pläne liegen darin, einzelne Spieler wegzusnipen. Er denkt da aktuell an Petrit. Ja, eine weitere Info gibt es tatsächlich, die aber noch nicht offiziell aus Quellen bestätigt worden ist. Es gibt nämlich ein paar Informationen, dass Phasen tatsächlich tot ist. Er soll wohl gesnipet worden sein. Von wem das Ganze jetzt ausgegangen ist, ausgelöst worden ist, weiß ich nicht. Aber dieses Gerücht treibt sich wohl herum. Da es wohl aus irgendeiner vertraulichen Quelle, aus dem Varro-Teilnehmer-Pool rausgekommen ist. Wir wissen da aber nichts genaueres zu. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Phasen möchte auf jeden Fall snipen. Er lebt ja aktuell noch. Er möchte snipen gehen und bereitet da auch einiges vor. Zudem gibt es zum Schluss noch dieser News. Eine gute Neuigkeit für das Team von Weißweiß und Basti Zockt. Diese konnten nämlich eine gegnerische Base finden und werden natürlich darauf lauern, die Gegner in dieser Base ausfindig zu machen und sie natürlich dann hoffentlich am Ende auch zu töten. Das war es bis hierhin mit den Varro-News. Ich hoffe es hat euch gefallen. Diese drei Tage mal in einem Video zusammengefasst. In den nächsten Tagen geht es aber ganz normal mit einem Video pro Tag weiter, wo ich alle Neuigkeiten versuche zusammenzufassen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch eine positive Bewertung und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann und Tschüss. Tschüss.